Hey Leute! Weitere Runde Loadout und wieder sind wir... Also spielen wir zu zweit. Mir, der Linkart Pro und der Anton. Amen! Sehr schön. So, wir zocken Loadout nur zu zweit heute. Anton versteht man vermutlich jetzt besser. Er hat einfach mal sein Kabel ausgewickelt von seinem Headset. Das wirkt wirklich Wunder. Ja, ja, die Wunder sind richtig, ne? Okay, ja, ich hab schon hier, wir sehen können, Turnierspiele haben wir letztes Mal schon gespielt, das war nicht so geil, aber heute der Anton, der ist ja der absolute Oberpro, ja, der macht das mal mit. Naja, man muss es ja mal versuchen, ne? Ja, jeder muss... Oh, jetzt geht's, gerade ging's nicht, wir hatten gerade kleine Probleme. Hatten. Hatten, ja, vergangen haben wir jetzt. Ich hatte keine Probleme. Also das ist eine... Also Turnierspiele ist aus allem was zusammen gemacht, ja? Also du musst Punkte einnehmen, du musst Capture the Hammer, also den Hammer holen, du musst Deathsnatch, andere abschießen und das Zeug einsammeln, also das ist fast alles zusammen. Oh mein Gott, das ist ja richtig krank. Das ist richtig krank, ey. Paul findet's nicht so geil. Paul, Paul, wer ist Paul? Ach, Razertrack. Oh, nee, Paul. Razertrack meine ich, natürlich. Weil es sucht denen ja auch noch eine Einstimmung gegenüber, oder was? 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Jetzt geht doch schon wieder super los hier, die Aufnahme. Ah, die geht so gut, sie geht so los, wie die andere aufgehört hat, ey, richtig scheiße. Weiß ich. Die halbe Aufnahme wird nur das Warten sein. Ja, die 11 Minuten, da, was wir da hatten, ey. Eine Minute, was ist los hier? Kann ich mir bei den Kaffee kommen? Ja, wahr. Oh, oh, yeah! Oh, geil, ey. Und, ach so, noch was, es gibt nur eine Karte hier, ja, aber egal. Ich bin bereit, ich bin bereit. Du, 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 du. You're time to kill. Oh, time to kill, jetzt hab ich's verstanden. Hammer, geil, ey. Das ist ein krasser Name, krasser Name, ey. Warum eigentlich Anton Kuh? Das ist einfach mal nur spontan dran. Ah. Das hat überhaupt keinen Sinn, ich brauchte nur ein Großbuchstern noch. Okay, auf welche Spacken müssen wir jetzt schon mehr warten, ey. 5 von 8, da fehlen 3 Leute. Wer drückt denn... Versteh das nicht, wo ist denn das Problem hier? Ah, 6, oh, jetzt ist es 7. Könnte ich schon, wir rasten hier, wie ist denn immer wieder? Ja, jetzt müssen wir bestimmt die 40 Sekunden hier runterzählen lassen, ey. 6, ja, noch jeder rausgegangen. So, aber langsam kritisch, Leute, komm, hier, macht nochmal den Punkt. Ja, macht mal, ja, ey. Aber ich muss küsken. Dafür lohnt's es. Hey, hey, hey. Benni. Da kann eigentlich noch Musik im Spiel sein, das ist ja noch viel geiler. Benni 41. Ja, ja. Bestimmt so ein fetter Sack, der im ganzen Nacht bestimmt 100. Ja, der fette Chinese da aus dem Video war. Ja. Der muss ja mal was zu fressen holen. Ja, 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 ja. 5, 4, 3, 2, 1. Das sind keine Ahnung. 3, 2, 1. Super, wir sind ein Team. Na Gott sei Dank, ich hab's schon. Toll ich. Boah, jetzt rappen wir die richtig hart, ey. Eine Frage, das hat die ewig gedauert, wie wir in der Welt kommen. Am besten, wir laufen erst mal im Team, war? Am besten, ja. Ich würde sagen, nehmen den ersten Kontrollpunkt erst mal ein, das ist das Beste, denn wenn du das hier gemacht hast, hast du global erhöhte Verteidigung. 3 das ist aber es ist ja auch immer aber wir werden wir haben nicht wo er sich in der Sache an war auch in der Klinik da habe ich sie waren auch nur wieder nicht so um links und rechts hier sei es jetzt besser die Zielgruppe brauchen die Leute finden da ist die Karten und habe ich ihn Stirbt! Ja! Ich bin tot! Ich bin tot! Ich bin tot! Von allen Seiten! Wir sind zuviel dahin hier ran! Okay, das war jetzt nur ein Team so dumm! Okay, jetzt schnell, bevor wir unseren Hammer holen! Jetzt kommt da einer gleich hoch, oder? Warte, wir warten einfach kurz hier oben! Die sind alle links! Boah, jetzt sind die beiden Kontrollpunkte ein! Ich glaube, das ist schon wieder so ein übelsten Oberfreaker, ey! Ich bin tot! Warte, 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 bleib stehen! Warte, warte, bleib stehen! Oh, da kommt jeder mit den Schuhen! Hau! Ab, ey, du Penner, ey! Der hat so eine Springschuhe, ja! Ja, der ist so ein bündetes Kind, ey! Oh, legt mich doch! Jetzt nicht, ey! Ich kann jetzt nicht! Wir rufen mich an! Rico, kann jetzt nicht! Ich bin zuhause! Warte, 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 ich kann ja kurz rangehen! Ja, super! Unterhalten mal die Leute hier, ich muss mal kurz... Auf Gas! Komm zurück! Oh mein Gott! Der haut einfach ab und lässt mich hier vollkommen alleine mit 20 Mann! Oh, verdammt! Oh, verdammt! Oh, da ist er! Die Drecksau, die kriege ich! Hau! Bleib hier! Alter, da haben die alle nichts zu tun! Wie kommen die eigentlich nie alleine, sondern immer zu dritt und dann zappiert? Oh! Oh, und auch ein Sniper, die Drecksau! Oh, und auch ein Sniper, die Drecksau! Noch Sniper! Gibt's denn sowas? Oh, jetzt sucht sich der Arme, das Blut! Gib mir wieder da! Ne, sucht das Blut aus dem Arm! Fauder wird uns gleich mit seiner Anwesenheit wehren! Goil, goil! Ohhhh! Ohhhh! Ohhhh... Jetzt kommen wir fertig zuerst durch! Ey, hier ist so, ich bin hier, ich bin hier! Wir holen uns jetzt den Punkt da! Ohhhh! Ich greine! Ich greine! Unbetrot! Ey, ich will nicht meine KD sehen, das ist ja graulich! Da ist er wieder der komische Typ, der hat seine Kack-Springstiefeln, ey. Ja, weil die kommen ja nicht alleine, die kommen ja immer gleich zu dritt. So, ja, hier, komm jetzt, wir müssen den Kontrollpunkt holen. Ja, warte, 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 ich muss nicht kurz springen. Alter, hab ich da verstanden. Ah, ich brenne, ich brenne. Warum ist der denn nicht so? Ich seh' dich nicht, ich seh' dich nicht, ich seh' dich nicht. Ah, ich verbrenne! Halt, halt doch, ach, Junge. Ja, bleib doch, was soll ich machen? Ich hab' die Fass gehabt. Ich hab' die Fass gehabt, ey. Ja, wir haben Kontrollpunkt eingenommen. Nein, die ist ja schon wieder voll Bude. Nein, der Gegner hat... Ne, was? Ach, du Scheine. Schon grad der Gegner hat unseren Hammer. Zählt mir die Computerfreude für komische Sachen, ey. Ah, friss meine Granate, ey. New Controller Point activated. Garni, Garni. Schnell. Wer, du... K... Ja! Komm schon! Ich brauch' Leben! Leben! Jaaaa... Oh, die warten hier vor dem Spawnpunkt, ey, das ist wahnsinnig. Nein, den, 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 den. Hol' den, den Hammer! Sehr gut, sehr gut. Alter, das ist zu beschränkt. Ich brenne. Wo bist du denn nicht wieder? Mann! Die warten jedes Mal vom Spawnpunkt auf mich. Immer wenn ich tot bin. Die machen die Spawnrap, oder was? Ja, das ist total assi. Immer wenn ich tot bin. Oh, ne, nicht schon wieder der Sniper. Charakter. Ohoho, ein Drecksau. Oh, ich brenne! Ich brenne! Ich brenne! Das ist ja komisch ab. PENNEI! Oh, ey, die müssen jetzt den Hammer holen. Ja, ich bin hier so gut mit dem Granne. Oh, warum haben sie den denn hier nicht? Den Hammer holt? Schuss, schuss, schuss! Ich hab mich ja auch bedroht. Ich hab ihn in der Hand. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Okay. Es gibt... Es gibt... Es gibt... Unser Hammer ist returned hier. Mhm. Also, wieder... Safe. Okay. Also, dementsprechend beschützte ich jetzt, ja. Alter, der ist scheiß Raketenmeer, weil der geht mir so auf den Sack, wa? Ja, also, mir auch. Mir auch. War ich wapp jetzt hier? Entschuldigen Sie, Herr Lehrer. Mir geht das auch auf die Nerven. Ja, ist ja egal. Ist ja egal. Ist ja wohl, ist ja wohl. Da holt ihn ja unter den Hammer. Jaaa, ich bleibe ja schon. Warte, ich cap jetzt hier ein bisschen, dann sind die Pinner mal weg. Ach du Kacke, der hat mich damit in die Überheizung. Ja, meine Damen, wir sind in ganz die Ecke schon. Ich habe den Hammer, ich bin doch schon... Ich hab den Hammer, du bist ja schon. Scheiße, ja, ich hab trotzdem mal wischend, ey. Das habe ich, oh, ich bin letztes Jahr. Hast du, hast du, hast du? Die denn? Wie soll ich den Hammer haben? Dann wähle ich noch. Dann, du mit. Hä, du dich? Hä, du dir in. Nein, nicht noch, du bist du in dieula. Ja, bitte. nicht auch st können wir jetzt die Verwunden kommen und dürfen hier komisch Moschee die Portia Brunner 3 wobei ich warum war es ist die Kumpel der Nils gar nicht so Wo ist verdammt nochmal unser Hammer? Hey, ist der weg oder was? Geh mit! Oh! Nee, ist der da! Ui! Kannst nicht so ein Strecken mehr mal injagen, das vertrage ich nicht mehr! Entschuldigung! Man, der Jüngste bin ich nicht mehr! Oh, jetzt kommen wir schon wieder in die Speise! Kommen sie! Ich steh da hinterher! Ja, ja! Ach, ey, das gibt's doch nicht! Wieso kriegt der mich denn immer mit deinem Schein verkehrt werfen? Ah, der ist ein Kack! Ich könnte rasten, ey! Ja, scheiße, hier! Ich hasse diesen verkehrten Lacher, ey! Ach, sag's nicht! Hier, töte! Ja, ja, bin dabei! Stirb, du Hure! Fauler, hallo! Scheiße! Hallo! Hallo! Oh Gott, der bist du denn? Oh Gott, der bist du denn? Ach, das gibt's doch nicht hier mit dem sein Schein-Raketenwerfer, ey! Ey, hier, Fauler, hilf uns mal! Das ist scheiße! Den melde ich da noch! Was denn? Wir sind nur im Team, gut! Bist du denn Lootout Online? Lootout, Lootout, was für Lootout? Ich kann nicht Lootout spielen! Warum nicht? Der hat gedetet hat! Da! Das ist doch scheiße! Ach, du Scheiße! Der ist doch schon wieder mit dem Scheiß-Raketenwerfer hier! Das gibt's doch nicht einfach! Ich bin jetzt morgen früh! Das reicht nicht nur! Aber mal frisst du gerade aus? Ja! Das ist doch eine Scheiße! Ja! Das ist doch eine Scheiße! Ja, völlig scheiße! Mach mir den Schäfer vor! Versuch nochmal, vielleicht musst du ja nicht updaten! Doch, in drei Stunden! Ja, siehste! Das ist so gut! Das soll schon mal anfangen! Ach, du bist ein bisschen gekloppt oder so! Warum? Scheiße! Das wäre das Hammer! Nein! Die kommen wieder anders! Geh den Hammer! Gib mir den Hammer! Boah, ich komme nicht mehr hier aus der Base Rose! Ja, ich komme nicht mehr über die Hälfte! Dachte doch, dass ich die Tammel schütteln! Oh, der wickst halt schon wieder den Hammer! Ach, der hat ja auch eine Strecke! Nee, ich habe mich töttelt! Ich habe mich, habe mich! Scheiße, Kasten! Oh, mein Beendruck! Ich habe eh das geschlungen! Boah, Mann, ey! Der hat den fucking Sniper! Oh, nee! Nee! Hört doch auf damit! Das könnte er gleich sehen lassen! Snipern ist... Alter! Och, das gibt's doch, Roman! Was sind denn das für ne Typen, ey? Das sind die absoluten Oberfucker, ey! Verreckt, du hässlicher Sch... Nur mal so zu mitschreiben! Er hatte zu mir gesagt, ich soll bitte nicht beleidigen! Das habe ich überhaupt nicht gesagt! Da hast du dich eingebildet! Ja! Oh, nee! Und da hat er Bauchschuss! Grenade! Oh, ist ja falsch! Oh! Und rennt gleich in meinen eigenen Konrad! Ah! Nicht schon wieder! Boah, jetzt... Pass auf, jetzt hol ich mir den Hammer jetzt! Pass auf! Pass auf! Boah, ey! Damit rechnet jetzt! Ja, da! Willst du noch, Fui, wo wir den Hammer hingeholt haben bei uns in der Base und immer auf Hammer er mal? Warte mal, Rico! Warte mal! Scheiße! Jetzt hab ich grad nur 15 Frames müssen. Boah, ich bin heute leicht angespannt, ich glaub man merkt das auch. Nein, 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 nein. Ich kann immer behaupten, ich bin ein Kürbis. Ich liebe Halloween! Letztes Jahr war ich ne nötige Krankenschwester. Das Jahr da vorne nötige Krankenschwester. Ich muss das rausschneiden sonst. Hat der gerade wirklich gesagt, ich liebe Kürbis? Ich hab keine Ahnung. Ich hab nicht zugehört. Ich muss mich hier konzentrieren. Was guckt denn da vorne, der sieht so viel Dach aus? Keine Ahnung. Hanna, der ist natürlich geil. Nein, du ne Halfman und da ist Hanna Montana dabei. Boah, das sieht geil. Die zieht sich grad das Oberteil aus. Boah, was denn? Linkabroad, ich komm von vorne. Also so spät haben wir's doch gar nicht, dass so ne Werbung kommt. Das ist doch keine Werbung, das ist deutsches Wahnsinn. Ja, ja. Richtig hoch. Und ich brenne und brenne und brenne und... Und sterbe, ich sterbe und bin explodiert. Und bin Letzter. Ja, ich war auch kurz weg hier. Heute ist doch nicht irgendwie mein Tag, ey. Ich hab ne Ahnung. Letzter? Wie könnt's denn der Letzter sein? Ich bin immer noch stetig hinter dir. Was, ihr nehmt grad auf und ich bin mittendrin? Ja, ja, das ist schön echt, ey. Warum dachte ich ja, du kannst doch noch spielen. Dann hab ich total vergessen, dass du gar nicht kannst. Ja. Ach, ihr nehmt auf! Was ist denn hier los in diesem verdammten Netz? Alter ey. Ich wär's auch nicht. Wann ist denn die Scheiße mal vorbei hier? Wie lange brauchen die Gegner denn noch? Hast du nicht gesagt, dass es übelst geil ist? Ja, das ist übelst geil, wenn ich gewinne, dann ist es geil. Ah, nicht wenn ich verliere. Dann hasse ich das Spiel. Ist immer so. Alter. Moment, Alter ey. Stirb Muschi. Kamera runter, Kamera runter. Sag mal, hast du grad das M-Wort gesagt? Hast du grad echt Muschi gesagt? Nein. Oh, Racketenlacher. Oh, jetzt geht's los hier. Jetzt schreiben die Worts-Apps gucken. Oh, verschwinde. Och, Mann ey. Ja, Racketenlacher, Schmeiber. Doch. Einer hat... Ich... Wissen nicht. Ich brauche irgendwas zum Reinschlagen. Ich brauche irgendwas... Wissen, was ich... Zwischendurch mal ein bisschen würgen kann, ey. Riko, Riko. Natürlich wirklich nicht. Ich finde Gewalt... Ich... 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 Was denn? Ah, herrlich. Was quatschen du hier schon wieder für Zeich? Hast du hier irgendwie solche Zeug in der Aufnahme? Was ist der Halbmänniskat? Ach, du hast... Ach, du hast... Alter, nicht wie du da aufmählen. Ich finde, es hat nicht zu können. 50% to exposing the enemy base. Und das ist doch der... Nee, wir haben... Charlie Chino noch den 9. Ich finde den einfach nicht lustig. Oh, meine, aber... Das war ein ganz... Schuss in Höhe der Geschmack. Der Alter war besser. Hallo. Der Charlie? Hm. Wieso, sie rausgeschmissen haben? Warum? Und so Debbie Soffner, dass er nicht mehr zur Arbeit kam. Also, der kam schon zur Arbeit, weil er war halt voll besoffen. Der war sein ganzes Leben bei den Arbeit besoffen. Der war die ganzen Folgen besoffen. Den hätten sie so spielen können. Das Einzige war, dass er so seinen Text davon nicht konnte. Wenn der Text nicht auslösen können. Ja. Das Jute war bei dem, der brauchte sich nicht verstellen, der war so. Ja, das war so. Ja, das war so. Ja, die Füße. Boah, ist erstmal jetzt voll die... Charlie Chino Lover, erstmal richtig. Ja, unser Hammer, wa? Na Gott sei Dank, ist es ja. Das ist mal zu Ende, na endlich. Oh, schau, da wird es nicht sein, ne? Boah, Alter, hier. Time to kill 32, 12. Äh, das hab ich 7, 23. Oh Gott, ich gucke hier oben. Alter. Alter, ich kann mir doch nicht mal hier den Berg hochgelogen. in den Ofen, ey. Ich sehe dich nicht mehr. In den Ofen, ey. Ich sehe dich nicht mehr. Ich bin grad so warm, war. Da wird nicht noch warm. Komm, ja, hol den Punkt, komm. Was macht der denn da oben? Der muss ja los sein, komische Base rennen, dann hat er noch den Punkt, ey. So ein komischer... Keiner Ahnung, ey, wir verluchten keine Leidung mehr ein. Oh, ich hab den Hammer, ich hab den Hammer, ich hab den Hammer, ich hab den Hammer. Was, echt? Du hast den Gegner schon Hammer? Bring ihn her, bring ihn her. Ja, ich muss dafür nicht kommen. Oh, ich bin tot. Oh, was kannst du überhaupt, was kannst du überhaupt? Also, ich kann... Gessen... Und... Trinken... Ja, wo ist denn der Typ, der unseren Hammer hat? Und der Typ hat unseren Hammer? Nee, nee, er hatte... Oh, du Dreck, so wurs die Killingkanade aus mir. Komm, ich kill dich, du hast den Scherfer Kettenwerfer. Ich kill dich jetzt erst. Du dummer Dreck, komm. Nein, nein, es steht. Oh Gott, nein, ich hab ihn auch mal gekillt. Scheiße, ey. Oh, verdammt, da ist schon wieder einer. Kittenwerfer. Ich bin euch tot, ich verbrenne. Ey, ich hasse Pyro, war. Wenn ich's sehen, dann find ich's geil. Aber wenn ein Gegner mich mit Pyro anschießt, das... Da warst du ja auch. Oh, 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 der Hammer hat's frei, der Hammer hat's frei, der Hammer hat's frei, der Hammer hat's frei. Ich hab den verfluchten Hammer, ich hab ihn... Oh, verdammt, da ist schon wieder einer hinter mir verbietet. Mann, ey, ob der auf mich wartet, wenn der Trainer gegeben wäre? Der hat bestimmt was besser zu tun. Ach, der hat ja auch was zu tun, ey. Ich dachte, das ist ein unbeschleppes Tun. Alter, ey, wie schnell die Verbrennung war, das ist absolut Wahnsinn. Ich weiss ja nicht, wie... Aber der hat's im Stuttdruck hier so ein komisches... ...so ein, äh, so ein Bildchen hier gekurft, war? Wie sieht das jedenfalls aus, wie ein gekurftes? Das sind irgendwelche Hartz-IV- Leute, die müssen zu tun haben. Du, Drexler, verpisse dich. Verpisse dich, Alter. Der, der ist in unser Basement, also vor der Basement, schieb doch nicht. Ja, weil das absolut... Boah, fucker ist, ey. Die Fotzer ist... Oh nein! Oh nein! Unser Ding ist offen! Unser Ding ist offen hier! Ich hab' mich doch gerade eben gesagt, der hat gesagt, ist da wenig rum. Die Klima hast du? Ah, na, gar nicht. Jetzt muss er noch in unser Hauptquartier rennt, dann mit dem Hammer immer auf und dann ist es kaputt. Na, dann stell' nicht mal davor, ne? Gott, den Hammer! Der Hammer, your hammer has been returned! Ist nicht gerade in machbar... Alter, wie siehst du? Nein! Nein! Der kommt jetzt hier drin! Der kommt jetzt hier drin! Oh, das war mal geholt! Oh, der hat man gehört! Oh, der hat man gehört, nee, kein Problem! Keine Ahnung, der ist nicht da! die haben jedenfalls noch punkte so wie ich das sehe ich bleib trotzdem nicht mehr die kommen schon wieder dreimal zum hammer kann man das Ding auch los erschießen? oh der wollte jetzt mit den hammer holen alter er kommt der andere von hinten und heilt den die ganze zeit wie hundert das das denn oh wir haben so ne nette Sirene ja weil unser Ding kaputt ist dein Feind hat den hammer gestohlen, super ja ich weh es aber das bringt dem Arsch der ist so blöd, der hat mir die falsche Richtung alter ich würde mal hier ein Stückchen rausgehen weil sonst wir sind sowieso am Arsch aber damit war ich am Arsch alter Alter der hat mir einen Headshot gegeben zack einmal hat der mich weggerotzt ey ich hatte volles live der Hammer ist auf dem Weg zu uns ist das ein oh nein unser Hammer die wollen uns mit unserem Hammer kaputt machen los tüte den da wo Tüte drüber steht ja in der Wüste ob ich den durchleute da ist er da ist er nicht direkt oh verdammt ja der ist tot gut Hammer ist gebetert oder was fix 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 definitiv los ist es für den tüten und ich weiß nicht dass er aufgeladen oder BG um sie müssen zu tun bleiben die Schöpfung das ist da ist er Prozent hinten und Nein, komm schon, mach den ja! Ah, der Hammer kommt, der Hammer kommt! Der Hammer kommt! Komm schon! Komm wieder hier! Tötet den noch! Tötet den! Wie denn? Wie denn? Wie denn? Wie denn? Weiß ich nicht! Irgendwie! Komm von der anderen Seite! Komm von der anderen Seite! Nein! Komm ab! Scheiße! Nein! Wir haben verloren, wa? Nein! Schade! Wie kommst du denn da schon? Ich muss nicht mal hier spielen, was ich für ihn sagen. Ich kann nicht mal tanzen. Nein, wir haben ja auch nicht gewonnen. Warte ich doch! Warte ich doch! Warte ich doch! Oh, das war nicht letzter! Du warst sogar hinter mir! Fixer, ey! Du hast es ernsthaft geschafft, hinter mir zu sein? Naja, so ist das erste Mal, dass ich schlecht bin. Das ist das erste Mal, dass ich vierter in der Tabelle bin, ey! Naja, irgendwann ist immer das erste Mal. Fine, dann müssten wir jetzt eh eine Folge haben, wa? Fine, fine! Gucken wir mal kurz, wie lange wir schon aufnehmen? Addieş Mining Tzz tjs tjs tzz P dö ø do 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 dub johjo is ne Folge half! Mach uib御 moll, wund Kombén war ja! Ja, genau. Gut, wenn man den Razor Track erreichen würde… Leute! Ja, okay. Ja, aber schreibe ich den jetzt hin in die Beschreibung. Feed, Anton und Rico hört zu. Ja. Oder wie? Oder, ne, und Rico und Faula guckt tun doch auf, man. Ab und zu rülpst da mal. Haha. Das ist so hekelhaft, wa? Gut, wie auch immer. Also, Leute. Ich hoffe, ihr habt euch wenigstens ein bisschen Spaß gemacht, obwohl ich so genugt habe heute, ja, aber ihr könnt es aber nicht besser. Da hoffe ich jedenfalls. Bleib steif und gesund. Ja, was? Bleib steif und gesund? Ja, das hatte jetzt keinen Sinn. Ja, wirklich nicht. Gut, dann... Freunde, Freundinnen, Zuschauer, Zuschauer, Frekante. Ja, genau. Sehen wir uns in der nächsten Folge Loadout oder in der nächsten Fol- Wann das jetzt, Rico? Eheh. 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 Entschuldigung. Eheh. Tja. Eheh. 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 Boah, das war hart, ey. Aber gut, okay, dein Freunde. Haut rein. Ja, tschüss.